Hallo! Hallo! Und ein frohes neues Jahr 2018. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht. Ich sollte einkaufen gehen und zwar das, was wir brauchen, sollte ich bei der DM einkaufen. Genau, es war nämlich so, dass ich nicht mitkommen konnte, musste zu Hause bleiben und Justus meinte dann, ja, dann mach ich doch dieses Mal den DM-Hall. Genau, mit den Kindern. Ja, er hat alle drei Kinder mitgenommen sogar. Und die haben mir kräftig mitgeholfen beim Einkauf. Ja? Sie haben zwar Sachen einkauft, die ich eigentlich gar nicht haben wollte, aber sie meinten, das bräuchtest du. Also es ist gar kein DM-Hall von dir, sondern von den Kindern. Vor allem Elisa hat sehr viel in den Korb eingepackt. Von meinem Baby. Ja, genau. Aber auch ganz gezielt Schminke hat sie eingekauft. Aber vielleicht nicht so viel, verraten wir schon. Okay. Okay, also das Erste, das habe ich gekauft, was wir brauchen fürs neue Jahr, ist natürlich die Duftkerze. Du und Duftkerze? Was ist denn mit dir los? Ja, die richte mich nach Honigkuchen-Duftglas. Das hast du ja auch eben gerade so geschnüffelt. Ja, das riecht... Ja, und das wollte ich mal ausprobieren. Du wolltest mal eine Duftkerze ausprobieren, Justus. Was ist denn mit dir los? Ja, fürs neue Jahr, dann riecht es in 2018 nach Honigkuchen bei uns. Also, das ist eine gute Idee. Das riecht wirklich sehr lecker. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber finde ich nicht schlecht. Aber das brauchen wir, ganz gewiss. Und jetzt so langweilige Sachen, da wusste ich aber nicht, ob du das schon hast. Sehr gut. Das ist jetzt hier so Babytücher. Babytücher, Justus hat mitgedacht, finde ich super. Äh, äh, äh... Ich habe es immer so süß. Das hier. Immer so niedlich. Aber am Ende waren das doch Handschuhe. Nee, oder? Doch, äh... Ganz häufig bin ich in der Küche unterwegs und denke mir, oh Gott, hätte ich jetzt doch gerne Handschuhe gehabt. Peperoni. 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 Die kann man damit schneiden jetzt mit Handschuhen. Also brauche ich nicht mehr meine Schutzbrille, sondern ich brauche nur noch Handschuhe. Zum Zwiebelschneiden kann man das auch benutzen. Ja, okay. Also das brauchen wir auch. Das brauchen wir doch nicht, Justus. Doch, was auch. Okay, doch. Wofür brauchst du das? Das ist wie ein Strandbild jetzt gerade. Ja, aber was? Ich verstehe das jetzt nicht. Letztendlich, wenn wir mal irgendwas, Abflussreiniger und so weiter benutzen, dass wir dann auch Handschuhe anziehen können. Ach so, ja, dann sag es doch so. Aber dann nicht für eine Peperoni zum Schneiden. Aber wir haben gar keine Peperoni zu Hause, obwohl ich habe eine gekauft. Aber ich habe nur eine gekauft und dann bin ich aus dem Einkaufsladen raus und dann ist die leider zwischen den Gitterstäben runter. Oh nein, wie ärgerlich. Ja, aber das ist zu spät jetzt auch. Jetzt ist sie runtergefallen. Ja, das für Kinder und zwar Schokolollis ohne Zucker. Und als ich dann rausgelaufen bin, ist mir aufgefallen, dass da ja gar keine Schokolollis drin sind, sondern dass es Tee ist. Schokoladentee. Also bist du drauf reingefallen? Schokoladentee ohne Zucker ist wahrscheinlich... Auf die Verpackung. Bist du drauf reingefeiert? Ja, das ist ja auch fies. Guck mal. Also ich gucke gerade nach Leckereien und dann sehe ich hier diese Lollis. Justus guckt nur auf die Verpackung. Für meine Kinder. Anstatt zu lesen. Und dann ganz egal in Schrift. Nur Nachttisch-Tee. Wer gibt denn seinen Kindern zum Nachttisch einen Tee? Oh, ihr habt aber toll gegessen. Hier habt ihr noch mal einen Tee. Oh, riecht aber ganz doll jetzt, ne? Nach Schokolade, aber nicht nach leckerer Schokolade riecht das. Doch. Guck mal, es sind sogar zuckerfrei. Ja. So viel Zucker passt da auch nicht rein. Und der Spruch, zuckerfrei und Spaß dabei. Das habe ich noch nie gesehen bei DM. Komisch, was du da alles findest, Justus. Ich bin systematisch Reihe für Reihe durchgegangen und habe geguckt, was bräuchten wir. Und natürlich, das ist aber was für mich. Oh, Justus. Ich will so ein Bleaching-Kram mal machen. Justus, Justus, Justus. Ich bin ja überhaupt kein Fan von solchen Aufhellungssachen für die Zähne. Das geht gar nicht, Justus. Du machst dir die Zähne damit kaputt. Wirklich. Ich kann dir nur davon abraten. Sowas, das geht gar nicht. Das geht nicht, Justus. Deshalb hast du das noch nie gesehen bei mir in irgendeinem DM-Hall, dass ich irgendwas bleach. Und dann auch noch in der Drogerie, weißt du? Anstatt das dann beim Zahnarzt, obwohl das auch schädlich ist. Ja, aber der Zahnarzt, der macht das so bei weitem aggressiver, aber viel krassere Sachen als... Nein, nein. Ein absolutes No-Go. Geht geil. Das sind zwei Stufen weißer nach 15 Minuten. Das ist bestimmt super für deine Zähne. Das darfst du nicht benutzen, Justus. Und damit helfe ich dir. Ich beschütze dich. Wenn du mal frei hast, nicht, und irgendwo unterwegs bist, zum Beispiel zum DM-Hall, dann werde ich das benutzen. Nee, verstecke dann. Ich brauche nur 15 Minuten dafür und dann habe ich schon zwei Nuancen. Eigentlich können wir mal einen Live-Test machen, ne? Und dann gucken, ob es wirklich besser ist und dann gucken, ob du Probleme hast mit den Zähnen. Und wenn ich dann Probleme habe, dann kann ich es nicht mehr ändern. Ja. Dann bin ich selber schuld. Dann bist du selber schuld. Das hört sich ja ganz romantisch an. Weißt du, was ich gefunden habe? Oh, Justus. Ist das jetzt fürs Bad? Nicht für die Küche, sondern fürs Bad. Ach so. Aber das ist mein Himbeer-Essig. Das ist egal. Malz kannst du auch fürs Bad benutzen. Das ist ja egal. Aber da ist ein anderes Schild drauf. Ja, also ich so, du fällst auch drauf rein, ne? Ja, wenn sie einen Aufsteller damit gehabt hätten, dann hätten sie es auch teurer machen können. Ja, du denkst, man braucht dasselbe Produkt einmal fürs Bad, einmal für die Küche. Ja, da ist doch bestimmt irgendwie so ein Antikalk-Zeugs mit drin. Extra aggressiv für die Armaturen. Nein, das ist nicht aggressiv. Das ist ja Natur. Also mein geliebtes Himbeer-Essig. Aber schön finde ich das. Ja, das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Mein Himbeer-Essig. Da habe ich mich daran erinnert, du hast diese komischen Erdbeer-Chips. Oh! Ja, aber das sind ja 0,0 Gramm und das sind fast 2 Euro, ne? Ja, die sind ziemlich teuer. Die sind ziemlich teuer, aber ich finde es gerechtfertigt, weil das ja komplett natürlich ist. Also da sind keine Zusatzstoffe drin, da sind nur Erdbeere drin. Aber das sieht so ein bisschen nach rote Beete gefärbt aus. Also ich habe die jetzt gestern mal aufgemacht. 100 Prozent! 100 Prozent! Siehst du mal. 100 Prozent! Und sogar noch aus biologischem Landbau. Da kannst du doch nicht meckern. Dafür musst du halt mehr zahlen. Also sind da Würmer mit drin, ja? Die sind auch... Ja, sowas benutzt Justus, ne? Nein, das stimmt. Nee, früher. 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 Ich würde meine Eltern benutzen. Ne? Als Mundwasser. Mundwässerchen. Das würde mich mal interessieren, benutzt du Mundwasser, weil ich achte ja sehr auf Zahnhygiene, aber Mundwasser benutze ich eigentlich nie. Ja, deshalb wollte ich das alles wieder rausgekommen. Wolltest du mal wieder benutzen? Jetzt nur nach 20... Ja, nach 20 Jahren. Ich finde mal, also ich fand interessant, dass das es noch gibt. Das würde mich mal interessieren, was mein Zahnarzt dazu sagt, ob das überhaupt gut ist. Können wir vorstellen, dass das vielleicht gar nicht gut ist. Da ist doch nur Minzekram dran. Ja, aber dass das vielleicht fürs Zahnfleisch gar nicht so gut ist, weil das so reinzt. Das könnte ich mir vorstellen. Muss ich mal fragen. Mein Zahnarzt des Vertrauens. Ja, was mir aufgefallen ist, wir brauchen etwas für die Ohren. Man darf das nicht in die Ohren stecken, aber für die Leute, die sich das nicht in die Ohren stecken, für die ist das auch gedacht. Hast du jetzt normale gekauft? Ich kaufe doch sonst diese Bio-Variante davon. Die Bio-Ohrstäbchen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Bio-Ohrstäbchen. Aber die kaufe ich doch mal, die hast du doch oben im Bad. Ja, aber ich gucke doch nicht drauf. Oh, toll, Bio-Stäbchen stecken. Männer gucken da nicht drauf. Eigentlich sind wir schon so ein paar Sachen, die hat jetzt Elisa für dich mitgenommen. Elisa für mich? Ja. Mein Baby hat mir Bier gerne ausgesucht. Ursprünglich wollte sie vier oder fünf Packungen davon mitnehmen. Oh. Und wir haben uns auf einige geeinigt. Aber die mag ich ja auch gern zum Salat. Genau, die kann man ganz gut über den Salat. Besorgt habe ich dann auch noch das hier. Warum? Ja, das esse ich so gern. Ja, ich freue mich immer über jedes Baby, das kommt, dass sie irgendwann mal diesen Brei, Apfel und Pfirsich ist das, ne? Du kannst ja auch ganz normalen Apfelbrei, Apfelpüree. Ja, aber dann gibt es immer nicht diese Kombination. Ja, dann kaufst du Aprikosenpüree und Apelpüree. Dafür brauchst du jetzt nicht so ein Babygläschen, was ja viel zu teuer ist. Ach, ist jetzt für mich? Das tue ich mal auf diese Seite. Das gehört gar nicht dazu. Ich hörst du. Ich habe aber was für dich besorgt. Komm, jetzt wahr. Das habe ich mich ab und zu mal gesehen, wie du das benutzt. Ach, das ist aber lieb von dir. Das brauche ich auch noch beim Schminken. Genau, braucht man immer so, um die Swatches wegzumachen. Die mobbt sich ja manchmal, wenn die Babytücher alle sind, dann gehe ich zu ihr ins Zimmer, klaue die und dann wischte ich damit den Hintern vom Baby aus. Justus, den Popo. Ja, da muss man immer die hübscheste Verpackung aussuchen, damit es anstrengend ist. Aber dann steht man da so lange und guckt, was ist denn jetzt hier die hübscheste Verpackung. Aber das ist doch hübsch, Justus. Mit so Faunfedern, oder? Ja. Das gefällt mir. Leicht asiatisch an. Das habe ich nur für dich besorgt. Das ist so ein Fröhlichmacher. Ein Fröhlichmacher? Genau, pass auf. Mir passt der leider nicht, sonst würde ich natürlich selber auch aufsetzen. Hast du für die Klara besorgt, ne? Hat sich gewünscht. Oh, ich finde sowas ganz süß. Jetzt habe ich noch das hier besorgt, weil das interessant riecht. Und ich dachte, du willst unbedingt, dass ich mal nach Himbeer und Limone rieche. Limette. Limette. Oh, riecht gut. Das hast du dir ausgesucht. Ja. Du suchst dir doch sonst immer so komische riechende, so herbe Sachen. Oder doch nicht sowas Süßes. Ich bin begeistert. Ich habe ja eine besondere Sache jetzt für dich. Hübsch. Und zwar, das hat dir Elisa ausgesucht. Mein Baby Elisa. Ich weiß nicht, was es ist. Du weißt nicht, was das ist? Aber ich fand es süß, dass Elisa als Baby diesen Stift ausgesucht hat. Und zwar Baby Lips. Das ist ein Lip Doss. Vielleicht hat es sich auch für sich gekauft. Wegen Baby Lips. Ich hoffe, das kannst du jetzt einspielen. Jetzt muss ich das. Hast du sie aufgenommen dabei? Hast du sie aufgenommen, wir sind ja das aufgesucht. Ja, aber ich war nicht schlau genug, um Breitbild zu machen. Das heißt, ich habe typischerweise dieses Längsbild gemacht. Ich hoffe, du kannst das jetzt. Ich schau mal. Ich blende das trotzdem jetzt einmal ein. Suchst du was aus für die Mami? Wer soll es sein? Wie gibt man den Papi? Sehr gut. Das bringen wir der Mami mit, okay? Nein. Noch was anderes? Den? Aber ich glaube, das ist derselbe, oder? Nee, der ist ein pinker. Nee, ich glaube, jetzt reicht es, mein Schatz. Nee, 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 nee. Also ich glaube, es reicht. Ist genug. Mami will, glaube ich, nicht mehr von den Dinger. Den habe ich dir mitgenommen. Noch eine Lippenpflege. Was ist los? Habe ich so brauche Lippen in letzter Zeit? Mal knutschen, oder wie? Wieso? Das habe ich mitgenommen, aber nicht für dich. Nicht für mich? Das ist für mich. Wenn du mich knutscht, dann rieche ich, oder schmecke ich nach Minzebeere-Duft. Minze ist halt mal dann so ein bisschen kribbeln auf den Lippen. Du magst das noch nicht. Dann ist das für dich. Extra für dich besorgt. Ja, da ist Minze drin. Trag mal auf. Das wird dann kribbeln, hörst du es. Viele mögen das. Ich mache das auch nicht so gerne, wenn das so kribbelig ist. So ein Boost? Ja, ja, genau. Dann hast du richtig dicke Lippen. Gut, jetzt habe ich noch viele verschiedene andere Sachen. Das haben da die Kinder für dich ausgesucht. Aber ich glaube, das haben sie auch ausgesucht, damit sie es selber auch essen können. Kaugummis sind das ja. Das sind ja gar keine Kaubonbons, sondern das sind ja Kaugummis. Das sind diese Snacks, die du immer besorgst. Ja, ich kaufe doch mal die Früchte, die freche Freunde. Ja. Wo hast du jetzt andere gekauft? Ja, weil ich diese frechen Freunde, da ist doch Getreide mit drin. Hafer oder was ist das? Ja. Und das finde ich so eklig. Findest du so eklig? Findest du so schräg, dass Elisa mag? Ja, aber es geht doch darum, wie Elisa es mag. Hier gibt es einfach nur noch Früchte drin. Das sind nur Früchtequarkzeug. Ich wollte das mal ausprobieren, ob ich das lieber mag. Gut, ich habe natürlich Zahnpafeln gekauft. Und ich weiß, dass du die einen nicht so gerne kaufst. Ich kaufe ja immer die. Und dann hast du jetzt? Die ist jetzt für mich. Eine für weiße Zähne. Ja, damit ich halt nach dem Bleaching nicht sofort wieder grüne Zähne bekomme. Und ganz zum Schluss hat sich Elisa für folgendes Produkt entschieden. Und zwar aufgrund der Akustik. Yes. Super. So. Okay. Ich glaube jetzt ist genug. Was ist das? Was ist das? Nein. Es wird danach ausgesucht, wie es klingt, wenn man es schüttelt. Ich glaube jetzt ist es stoppen. Isländisch Moos. Da bin ich echt mal gespannt, wie das schmeckt. Ja, jetzt musst du das auch probieren. Jetzt bin ich aber auch ganz gespannt, was das wohl ist. Schmeckt wahrscheinlich gar nicht nach Moos, sondern nach Baum. Für Schleimhäute und Rachenbereich ist das gut. Das ist gut. Ich habe nämlich gerade ein bisschen Rachen-Schmerzen. Also isst du jetzt Moosbonbons. Aber ich kann das Moos nicht so richtig rausschmecken. Aber schmeckt ein bisschen nach Grün. Rot ist eine Nuance auch drin, aber grün dominiert. Dann werde ich die Sachen jetzt einmal wegpacken. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei meinem Ehrenmann für den tollen DM-Hall. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.